Ah, da müsste man irgendwas an dem Ringkristall anbringen, damit der Kristall das auch festhält, aber... Die Frage ist, wie? Ja, okay. Zur Brücke. Kann ich denn wirklich vielleicht den Gürtel hier jetzt so? Ich glaube nicht. Weil er gerade eben schon nix gemacht hat. Lass uns sehen, was geschieht, wenn ich den Kristall hier festbinde. LOL. Macht sie doch. Der Gürtel hat den Kristall vom Podest gerissen. Er fliegt nun nicht mehr nach oben. Ähm... Das bringt mir jetzt genau was? Besser ihr kommt ihnen. Der mittlere Turm ist voll von der Plage. Kann ich die vielleicht irgendwie hier rüber locken? Visionen schicken? Das ist es. Der mittlere... Okay. Ich mach den Kristall nochmal an. Der Turm ist nun... Also theoretisch gesehen, der ist jetzt an und die Tentakel suchen ja nach dem Zeug. Theoretisch könnten, müssten sie vielleicht jetzt darüber wachsen, so. Besser ihr kommt. Danke. Der mittlere Turm... Ja, okay. Der mittlere Turm ist voll von der Anlage. Visionen schicken. Das ist es nicht. Sie wollen darüber. Das ist mir schon irgendwie klar. Das ist... Der mittlere Turm. Er hängt an diesem Gürtel. Ein Stein, der an einem Gürtel hängt. Das ist ja alles ganz schön. Tentakeln? Besser ihr kommt. Äh... Die Arme spüren die Magie des Kristalls in eurer Tasche. Kommt ihnen besser nicht näher. Dann deaktiviere ich den mal. Das Zeichen des Pryos unbrauchbar. Okay. Dann kann ich vielleicht den Kristall... Sie reagieren nur auf wache Schwebesteine. Na, hoffe ich machen wir jetzt keinen Fehler. Ich habe das Gefühl, das macht ihr lieber von der anderen Seite aus. Das ist eine gute Idee. Die Arme spüren... Ja... Lustig ist das... Hä? Ich stehe auf dem Ding drauf. Die Arme kommt ihnen... Ja, sie läuft erst da drüber mit dem Schwebekristall in der Tasche. Ist schon klar. Okay. Na, da... Aber die Arme spüren das. So, ich gehe mal nach oben. Sie suchen natürlich ein neues Futter, die Schwebekristall... Die Schwebekristall. Ich habe ja auch, warum da jedes Mal so ein Ding drin ist. Egal, passt schon. So, wir machen den Kristall jetzt hier aus. So. Jetzt gehen wir da runter. Wir machen den Kristall an. Und werfen den Kristall zu den Tentakeln darüber. Das wäre geschafft. LOL. Die haben... Okay. Gut. Quatsch. Doch, ist richtig. Dann gehe ich jetzt hier rein. Der Kristall ist unten. Achso, der Kristall ist unten. Ja, klar. In dem dritten Turm. Durchs Fenster. Alle Kristalle sind deaktiviert. Ich komme ihm besser nicht so nahe. Ich komme ihm besser... Äh, Tentakel, Grafvögel... Hauptkristall. Der Schutzschild ist nun klein genug. Schneidet ihn los, Prinzessin. Mit Vergnügen. Ich komme ihm... Ich komme ihm besser... Ich gehe einfach hin und schneide es durch, oder was? Damit endet ein kleines Schauspiel. Okay, ich glaube ich, dass es so eine gute Idee ist, da jetzt runter zu gehen. Aber okay. Ich schätze, nach all den Jahren hast du es endlich geschafft. Du hast mich besiegt. Glaubst du wirklich, dass ich die letzten 15 Jahre an nichts anderes denken konnte, als daran, wie ich dich besiegen kann? Du bist eingebildeter, als ich dachte. Ich dachte, du wolltest mich überflügeln. Ich bin nicht wegen dir hier. Ich bin hier, um für meine großen Taten in die Geschichte einzugehen. Welche großen Taten. Versuche es gar nicht erst. Wie du willst. Wenn Worte dich nicht verletzen können, dann eben so. Ich dachte, ich lasse dich gewinnen. Aber wenn das für dich keine Rolle spielt, kann ich dich genauso gut zerstören. Achso, wir müssen kämpfen. Okay, äh, Tentakel. Äh, wer ist? Strample nur so viel du willst. Oder eher so viel du noch kannst. Äh, okay. Vision schicken. Strample nur so viel. Oder eher. Geht nicht. Aktiv in der Aktivin. Was soll das, glaubst du? Ja, dann machen wir mal. Dann beruhigen wir ihn ja. Los, komm. Gib auf. Deine Zauber sind wirkungslos gegen mich. Oh, das ist natürlich scheiße. Stab. Geht nicht. Okay. Alkohol. Du kannst dich nicht mehr... Du kannst dich nicht mehr... Äh, Ssssss... Visionen schicken. Strample nur so viel du willst. Oder eher. Hab ich etwas von den Prinzen? Hab ich nicht, gell? Mein Zauber wirkt nur... Jaja, ist schon klar. ...eins konnten... Ah, Moment. Aktivieren, deaktivieren. Hallo? Oh. Du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Du hast den größten Tempel zerstört, den die Welt je gesehen hat. Tod regnet nun herab auf deine Truppen. Niemand wird überleben, um von deiner schrecklichen Tat zu berichten. Nichts, was du getan hast, wird bald noch etwas gelten. Du bist bestimmt stolz auf dich, denn du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Nur wird sich niemand jemals daran erinnern. Bis heute. Ich denke, wir müssen jetzt den Stab finden. Stab. Stab. Was ist das denn für ein Vieh, Alter? Was ist das denn für ein Vieh, Alter? Er ist hier. Hilfe. Kann ich das angucken? Alter Schwede, was für ein Viecher, äh. Der Schild muss weg. Ich kann den Schild nicht so nicht einmal wegnehmen. Ach, alles klar. Ich bin verwundert. Bitte. Hilf mir. Ich muss ihre Wunden pflegen. Machen wir natürlich. Die Flasche ist leer. Der Verband ist alles, was ich habe. Ich bin weg. Wie ist das denn für ein Vieh, Alter? Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Schnell, nehmt meine Hand! Und dann, plötzlich, wurde alles ganz still. Es war, als hätte Satinav sich einen Scherz erlaubt und die Zeit einfach angehalten. Ein schier endloser Moment, in dem sich Satya und der Adept einfach nur anstarrten. Er verstand nicht, dass seine rettende Hand für sie weit schrecklicher war, als tausend Dämonententakel es jemals hätten sein können. Das endgültige Eingeständnis an ihr grauenvolles Scheitern. Schließlich schnippte Satinav wieder und das Leben ging weiter. Während er sie fortzog, hörte ich sie schreien. Lass mich, rief sie. Lass mich, bring mich zurück. Und immer wieder. Ich kann ihn nicht zurücklassen. Und das immer wieder, immer leiser und immer weiter weg. Es dauerte nicht lange und sie war verschwunden. Tja, und damit war es das dann. Ich war wieder genau da, wo ich angefangen hatte. Nur eines war diesmal anders. Diesmal konnte ich mich an etwas erinnern. An eine Prinzessin, die angesichts der unmöglichsten Hindernisse stets weitergekämpft hatte. Es half, dass die borische Wüste einer der magischsten Orte ist, den diese Welt kennt. Mehrere Astrallinien kreuzen sich hier. Und ich lag genau dazwischen. Ich wurde mächtiger und mächtiger. Und ich übte und übte und übte. Nach 400 Jahren gelang es mir, meine Zauber so weit zu verfeinern, dass ich endlich einen Weg fand, meinen Körper dauerhaft zu verändern. Ich verließ die Wüste und machte mich auf den Weg nach Draconia. Ich musste wissen, was nach unserer Trennung mit meiner Prinzessin geschehen war. Mit der einzigen Frau, die je bereit gewesen wäre, einem zwielichtigen Zauberstab ihr Leben anzuvertrauen. Und wir sind jetzt anscheinend... Satya war in der gorischen Wüste gescheitert. Wir sind jetzt anscheinend hier. Sie hatte die Maske und sie kannte den Namen des Zeit-Djins. Frieda! Spricht der Träger der Maske den Namen des Djins, kann er Vergangenes zurückholen. Fahy! Fahy! Doch weckte Satya den Djin nicht. Es würde mich nicht überraschen, wenn er mich gerade eben so anschreit. Okay. Ich weiß nun, sie können mich sehen und sie können mich hören, aber es wird ihnen nichts bringen. Okay, alles klar. Ha! Es ist alles gar nicht so schwer. Man muss nur die Teile richtig zusammensetzen. Reda! Ob Geron schon wach ist? Ähm. Ich komme nicht ran. Wie auch? Okay. Alles, was ich höre, ist das Knistern des Feuers. Inschrift? Wie der Stein über den Skarabeus, so herrscht der Skarabeus über den Stein. Ich verstehe es immer noch nicht. Und wieso kannst du es lesen? Ist das die Inschrift aus Fahys Träumen? Wie kann ein einziger sinnloser Spruch nur so wichtig sein? Ah! Geron? Geron, kannst du mich hören? Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Es ist ein wenig kompliziert. Mit so vielen Einzelteilen. Es fehlt nur noch ein einziges. Und wir können die Geschichte endlich vollenden. Anschließend werde ich den Stab bitten, dich zurückzuverwandeln. Versprochen. Kannst du mir vorher noch einen Gefallen tun? Satjas Rubin hat einen Sprung. Du musst ihn reparieren. Kannst du das für mich tun? Bitte, Geron. Repariere den Rubin. Okay. Das machen wir natürlich. Die Geschichte ist fast zu Ende. Wir brauchen nur noch den Rubin. Danke. Und nun lass mich etwas ausprobieren. Ich bete zu den Göttern, dass ich mich nicht irre. Fdan, Faskadan, Esplast, Decatan, Humorilor, Gras, Ferel, Boran. Hül, Bemutir, Gerol, Felan. Juntir, Katan, Feluntir, Sodan. Ah. Geron, bist du noch da? Wenn ja, dann solltest du nun den ersten Zauber des Stabes beherrschen. Gib mir bitte ein Zeichen, dass es geklappt hat. Das geben wir dann natürlich. Aktivieren, deaktivieren. So. Damit lernen wir den nächsten. Ich hatte recht. Danke. Danke, Geron. Ach. Du fragst dich bestimmt, wo du hier bist. Der Stab hat diesen Ort erschaffen. Eine Mogul-Grabkammer mitten im Andergaster Wald. Ist das nicht beeindruckend? Lass die Maske und komm zu mir. Erst hier. Ich bin bald zurück. Breda. Breda. Und wieder werde ich verlassen, Nuri. Okay. Visionen schicken. Sadiast-Zauber funktioniert hier nicht. Sadiast-Zauber. Wen könnten wir denn Visionen schicken? Sadiast-Zauber. Grabkammer in Schriftmonolith. Berge. Sadiast-Zauber. Sadiast-Zauber. Okay. Ich komme nicht wie auch. Können wir den Kraftspeicher? Sadiast-Zauber. 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 Können wir die Inschrift in der Aktiv-Aktivin zufällig? Oder? Sadiast-Zauber. Sadiast-Zauber. Sie sind zu weit weg, aber... Sie aber aller Ungewissheit, zum Trotz geben Sie mir eine Ahnung, wo ich bin.